Schönen guten Tag! Erneut per Videobotschaft darf ich Sie, darf ich euch ganz herzlich einladen und zwar zur kommenden Sitzung des Betzdorfer Stadtrates. Morgen, also am 20. Dezember, Tag der Stadtrat zum 19. Mal für die aktuelle Wahlperiode und die Sitzung startet um 17 Uhr im Betzdorfer Rathaus. Die Tagesordnung ist ordentlich gefüllt, 23 Punkte stehen auf der Tagesordnung, aber das erscheint jetzt auf den ersten Blick sehr viel, sehr lang zu werden, aber viele Punkte, viele wichtige Punkte wurden schon im Vorfeld in den einzelnen Fachausschüssen vorberaten. Darüber habe ich auch schon hier per Video berichtet und daher gehe ich jetzt davon aus, dass das morgen eine dennoch zügige Sitzung werden wird. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen morgen dann, 20. Dezember, 17 Uhr im Betzdorfer Rathaus begrüßen zu dürfen und ja, nutze die Gelegenheit, wünsche Ihnen von dieser Stelle aus einen guten Start in eine hoffentlich ruhige und besinnliche Weihnachtswoche.